Professor Frank Decker ist bei mir. Schönen guten Abend. Danke für den Besuch in der späten Stunde. Herr Decker, wir haben jetzt seit gestern philosophiert, was ist denn dieses Machtwort wirklich wert, wenn man sich eine Koalition aus dreien vorstellt, die ja zusammenhalten müssen. Jetzt sagt der Kanzler, wir machen das jetzt einfach so. Es gibt ein schönes Schäuble-Zitat, der mal gesagt hat, naja, wenn man diese Richtlinienkompetenz einsetzt, dann macht man das einmal und dann ist man schon geschwächt. Ist das so? Ganz sicher. Und man muss vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen Machtwort und Richtlinienkompetenz. Es haben nur ganz wenige Bundeskanzler sich expressis verbis auf ihre Richtlinienkompetenz bezogen. Bei Adenauer war das mal der Fall, auch Angela Merkel während ihres Streits mit Seehofer. Aber Machtworte von Kanzlern hat es natürlich auch schon öfter gegeben. Aber das sind Instrumente in einer Koalition, die sich sehr schnell verbrauchen. Und dass sie jetzt in dieser Koalition schon so früh im ersten Jahr eingesetzt werden müssen, verheißt nichts Gutes. Es ist natürlich auch ein Streit um ein Thema, was notwendigerweise die beiden Pole in einer solchen Koalition auseinander treibt. Wir haben gerade mit einem Urthema der Grünen zu tun und wir haben auf der anderen Seite mit einer FDP zu tun, die sich sehr stark um die Wirtschaft bemüht und die Frage stellt, können wir das ohne die Kernenergie machen. Kriegt man da das wieder so ein bisschen gedämpft in den nächsten Wochen und Monaten? Das wird die Frage sein. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie der Winter verläuft. Also wenn er etwa so kalt wird, dass dann auch die Gasvorräte schnell zur Neige gehen, wird das Thema Atomkraft unweigerlich wieder auf die Tagesordnung kommen. Also ich denke, für die nächsten Monate, diesen Winter, ist jetzt erst mal die Befriedung eingetreten. Aber ich halte es für hochwahrscheinlich, dass das Thema dann erneut auf die Tagesordnung kommt, auf die Tagesordnung gebracht wird von der FDP, die ja grundsätzlich nicht gegen den Atomausstieg war, aber die ein anderes Verhältnis hat zur Atomkraft als die Grünen. Und wenn man sich das jetzt noch mal genauer anschaut, muss man sagen, die FDP ist eigentlich der taktische Gewinner dieser Geschichte, weil sie den Grünen ja etwas aufgezwungen hat. Aber in der Sache haben sich eigentlich eher die Grünen durchgesetzt, denn die Atomkraftwerke laufen nur bis April weiter und dann ist Schluss. Es werden keine neuen Brennstäbe bestellt, aber es kann durchaus sein, dass die Diskussion darüber dann in einigen Monaten wieder aufkommt. Professor Decker, wir haben jetzt alle drei sozusagen gehört, aus Ihrer Perspektive berichtet, haben Sie über diesen Kompromiss oder besser gesagt über diese Lösung eines Problems, was die beiden zuletzt nicht hätten zusammenbringen können. Der Kanzler gab sich sehr betont zufrieden, auch sehr selbstbewusst mit dieser Lösung. Er hat dann in kleinen Ansätzen immer wieder darauf hingewiesen, ja, nee, am 15. April ist Schluss. Ist da wirklich Schluss? Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt für die Grünen eine rote Linie. Sie haben sich ja bewegt, die sie dann auch nicht überschreiten wollen. Aber wir haben es ja eben gehört, Olaf Scholz hat vor einem halben Jahr auch gesagt, oder bei Regierungsantritt, dass er seine Richtlinienkompetenz nicht einsetzen würde. Die Dinge verändern sich eben und wir wissen doch nicht, in welcher Situation wir im Februar und März uns befinden. Wir brauchen ja bloß einen Blackout in Deutschland haben, also einmal sozusagen das Ausfall des Elektrizitätsnetzes. Dann wird man sagen, um Gottes willen, da können wir auf diese Sicherheit nicht... Dann wird sich auch die Stimmung in der Öffentlichkeit natürlich schlagartig ändern. Und insoweit sollte die Politik immer vorsichtig sein, jetzt solche rote Linien zu definieren. Aber das ist natürlich jetzt mit Blick auf den Koalitionsfrieden wichtig, vor allem in Richtung der Grünen. Die FDP feiert ja das jetzt als Punktsieg, übertreibt vielleicht dann auch in der Außendarstellung etwas den Effekt dieser Entscheidung. Wie gesagt, es geht ja nur um wenige Monate und drei Kraftwerke. Und ich glaube, den Grünen wird man dort nicht sehr viel mehr zumuten können. Vielleicht dem Regierungsteil der Grünen, der da etwas pragmatischer ist mit Robert Habeck. Aber wir haben es ja gesehen auf dem Parteitag, wie schwer sich die Partei gerade bei diesem Thema tut. Also Habeck hat jetzt auch mal in dem Interview, in der Schalte nochmal gesagt, er kann mit dieser Lösung leben. Das heißt, er ist natürlich nicht glücklich über diese Lösung, während Linder tatsächlich nochmal darauf abgehoben hat, dass es eine gute Lösung sei. Also da sieht man diese unterschiedliche Interpretationen. Genau, die FDP hat das ja als Forderung erhoben. Die Grünen hätten es am liebsten so belassen, wie es ist. Es ist ja rechtlich auch fixiert. Deshalb muss ja jetzt das Gesetz auch geändert werden. Am 31.12. ist Schluss. Und da hat sich Habeck ja auch schon flexibel gezeigt, dass jetzt das dritte Kraftwerk, das niedersächsische Kraftwerk, noch dazu genommen wurde. Das hat eine ganz einfache Erklärung. Man wollte das vorher nicht mit reinnehmen mit Blick auf die Niedersachsenwahl, weil man Rücksicht nehmen wollte auf die dortigen Wahlkämpfer. Vor allem der Grünen, aber auch der SPD. Die sich ja auch gestern sofort sehr beschwert haben über diese Entscheidung. Aber auch die werden damit zu leben haben, zumal sie das ja auch nicht verhindern können. Das Atomgesetz ist Bundesgesetz und das müssen die Länder dann eben auch entsprechend exekutieren. Professor Decker, die Opposition hat es in solchen Situationen natürlich leicht zu sagen, wir hätten das anders gemacht. Wie ist die Position einzuschätzen? Also zunächst einmal haben wir hier tatsächlich auch eine klare Gegenposition. Und ich glaube auch, dass die Analyse von Friedrich Merz, was das Verhalten der FDP angeht, durchaus richtig ist. Aber die Union steht jetzt klar dafür, ohne den Atomausstieg als solchen infrage zu stellen, dass jetzt für eine bestimmte Zeit eben auch die Kernenergie weiter betrieben werden muss. Das heißt, es müssen auch neue Brennstäbe beschafft werden. Die Frage ist natürlich, ob diese Position in der Öffentlichkeit wirklich populär ist. Und das hängt jetzt davon ab, wie sich die Lage entwickelt. Im Prinzip ist sie nicht sehr populär. Und das haben wir ja durchaus auch bei der Niedersachsenwahl gesehen. Dort haben die Union und die FDP diese Position ja auch nicht verborgen vor den Wählern. Das hat aber offenbar nicht verfangen. Und insoweit glaube ich, dass das eigentlich kein Gewinnerthema ist. Und was die Sozialdemokraten angeht, auch die Sozialdemokraten waren und sind ja für den Atomausstieg. Also insoweit geht es jetzt hier nur um eine pragmatische Übergangslösung, um die akuten Probleme abzufedern. Wobei wir auch wieder unterstellen, dass es dieses mögliche Szenario in der Realität nicht geben wird. Denn wir wissen, dass sich, und Sie sind Parteienforscher und beschäftigen sich mit der Reaktion des Wählers natürlich auch sehr genau, wir wissen, dass der sehr schnell umswitcht und sagt, also jetzt in der Situation, nee, dann möchte ich doch lieber Kernkraft, bevor bei mir das Licht ausgeht. Ganz sicher. Und wir haben ja gesehen, dass es in der Bevölkerung auch eine deutliche Zustimmung gibt zum übergangsweisen Weiterbetrieb der Kernenergie. Und das ist natürlich der veränderten energiepolitischen Situation geschuldet. Ich glaube auch, dass die grünen Wählerschaft in dieser Frage flexibler ist als die grüne Partei. Das heißt, die Parteimitglieder und die Parteifunktionäre, wir haben das ja auf dem Parteitag gesehen, für die das wirklich eine Art Glaubensartikel ist. Das ist ja auch der Gründusmythos. Die Grünen waren eine Anti-Atomkraft-Partei. Aber die grüne Wählerschaft sieht das eigentlich etwas pragmatischer. Und von daher können wir ja auch erklären, dass die Grünen zwar doch etwas zurückgegangen sind in der Unterstützung, aber sie schneiden ja deutlich besser ab und haben deutlich mehr Wählerzuspruch als beispielsweise die FDP. Professor Decker, ganz herzlichen Dank für die Analyse. Gerne. Dankeschön.